Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer, zu SPIRIT Leben mit Stil. Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie sich überfordert fühlen von der Vielzahl der Informationen, die auf Sie einstürzen, von den vielen Werbebotschaften, den vielen guten Ratschlägen und Handlungsaufforderungen, dass Sie am Ende gar nicht mehr wissen, was Sie tun sollen? Oder kennen Sie die Situation, wenn Sie vor wichtigen Entscheidungen stehen, dass Sie innerlich hin- und hergerissen werden, dass Sie verschiedene innere Impulse spüren, die Sie hin- und herzerren? Wenn das so ist, dann sollten Sie sich vielleicht einmal mit den Regeln zur Unterscheidung der Geister beschäftigen. Diese Regeln werden gelehrt von der Kirche schon seit Alters her und über dieses Thema möchte ich heute sprechen, mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er ist Doktor der Philosophie, Doktor der Theologie und zugleich auch Historiker, Lehrer an einem Gymnasium und er hat sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Dr. Egger. Unterscheidung der Geister, was ist denn mit diesen Geistern überhaupt gemeint? Ja, hier berühren wir einen sehr wichtigen Aspekt der christlichen Lehre. Die christliche Lehre sagt uns nämlich, dass es nicht nur eine materielle Welt gibt, sondern auch eine geistige Welt. Und in dieser geistigen Welt gibt es verschiedene Geistwesen. Zunächst einmal sprechen wir vom Geist Gottes, der sich auch durch den Heiligen Geist an die Menschen wendet. Und dann haben wir es auch zu tun mit Geistwesen, mit den Engeln und mit den Dämonen. Nun klingt das im Moment so metaphysisch, dass man Schwierigkeiten hat, hier einen Zugang zu finden. Aber wir können eines sagen, dass der Geist Gottes, aber auch die geistigen Kräfte von diesen geistigen Mächten sehr wohl auch zugänglich sind. Wir alle können den Geist Gottes zunächst einmal in der Schöpfung wahrnehmen. Da spüren wir, dass hinter der Schöpfung Geist ist. Da sind Ideen drinnen, da ist ein Konzept drinnen, da ist ein Design drinnen. Und da spürt man, dass also Geist in dieser Schöpfung waltet. Wir können dann auch in unserem persönlichen Leben erfahren, wie der Geist Gottes wirkt. Wenn wir in unser Gewissen hinein hören, dann erleben wir eine Stimme, die zu uns spricht. Und diese Stimme sind nicht wir selbst. Diese Stimme steht uns gegenüber. Die wirkt auf uns ein, die führt uns, die tröstet uns, die warnt uns und manchmal macht sie uns auch Vorwürfe. Und das sind nicht wir selbst. Hier spricht ein Geist zu uns. Das ist also die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist eine Person der göttlichen Dreifaltigkeit. Das werden ja viele Menschen, viele Christen doch nachvollziehen können. Aber so mit der Existenz von Geistern, von geistigen Wesen, von guten Geistern und bösen Geistern haben ja nicht wenige Christen in unserer heutigen Zeit größere Schwierigkeiten. Es gibt sogar manche Theologen, die bestreiten die Existenz solcher Wesen. Welche Anhaltspunkte hat man denn, dass man wirklich davon ausgehen muss, dass da eine Realität dahintersteht? Ja, Sie haben hier die Theologen angesprochen. Es gibt heute Theologen, die sagen, dass es sich bei diesen Dämonen und auch bei den Engeln nur um Personifikationen handeln würde. Dass es aber diese Realität nicht gäbe. Das geht zum Teil auch zurück auf die Aufklärung, die sich darauf beschränkt hat, nur das anzuerkennen, was man mit der Vernunft erkennen kann. Nun ist aber die Vernunft ein sehr bescheidenes Kästchen und ermöglicht nicht den Zugang zu allen Dingen. Die Vernunft ist etwas Großartiges und wir sollen sie nützen. Aber sie hat ihre Grenzen. Jetzt können wir aber Folgendes sagen, dass wir in unserem Erfahrungsbereich auch manchmal in Berührung kommen mit Einflüssen, die uns verstehen lassen, dass es hier Kräfte gibt, die geistig auf uns einwirken. Es gibt Kräfte, die physisch auf uns einwirken. Es gibt Kräfte, die psychisch auf uns einwirken. Aber es gibt auch Kräfte, die geistig auf uns einwirken. Sie können zum Beispiel einmal sich in diese Lage versetzen, dass sie versuchen zu beten. Und plötzlich beginnt ein Störmanöver. Und sie spüren, dass hier eine geistige Kraft auf sie einwirkt, die sie daran hindern möchte, zu beten. Und sie spüren ganz deutlich, das ist eine geistige Kraft. Das ist nicht eine Triebkraft. Das ist nicht eine physische Kraft, sondern es ist eine geistige Kraft. Und die versucht, sie daran zu hindern, zu beten. Und das ist eine Kraft, die nicht aus dem eigenen Inneren herauskommt. Genau. Also, sobald sie sich mal auf die spirituelle Ebene begeben, können sie plötzlich merken, dass auf dieser spirituellen Ebene auch Gegenkräfte wirken. Und zwar ist das nicht nur eine Kraft, die sie daran hindert, zu beten, sondern auch eine Kraft, die sie bezirzt. Die sagt, warum betest du? Nützt deine Zeit für was anderes. Das ist idiotisch. Das bringt nichts. Das hilft nichts. Also sie merken, dass hier eine intelligente Kraft auf sie einwirkt. Sie bezirzt. Sie hören gewissermaßen Gegenargumente. Und sie merken, dass sie es hier mit einer intelligenten, negativen Kraft zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass es Kräfte gibt, die sie plötzlich in einen Schlafzustand versetzen, wo plötzlich eine Lähmung auftritt, wo sie sagen, ich bin jetzt eigentlich nicht müde, woher kommt plötzlich die Müdigkeit? Und sie entdecken plötzlich, dass in ihnen eine Dunkelheit entsteht. Sie waren zuerst sehr ausgeglichen und auf einmal ist es dunkel. Also sie spüren, dass hier eine bewusste, willentliche, intelligente Kraft auf sie einwirkt. Und noch deutlicher wird es bei den Versuchungen. Wir alle kennen Versuchungen. Also es gibt sehr einfache Versuchungen. Sie gehen bei einem Kühlschrank vorbei und da ist ein netter Kuchen drinnen und der sagt, iss mich. Also da sind wir auf einer sinnlichen Ebene noch. Aber dann gibt es auch Versuchungen im geistigen Bereich, wo plötzlich Wertvorstellungen, also umgekehrt werden, wo ihnen plötzlich eingeredet wird, dass etwas Schlechtes etwas Gutes sei. Das heißt, wenn sie sich das gönnen, dann würden sie etwas Gutes tun, obwohl sie genau spüren, sie tun das Falsche. Hier wird ihnen also eingeredet, dass schlechte Dinge gut seien, dass es ein Vorteil sei oder dass es in diesem Fall eine Ausnahme geben könne. Und da spüren sie ganz konkret, wie hier eine geistige Macht versucht, Wertvorstellungen umzutreiben. Aber wie müssen wir uns diese geistigen, übernatürlichen Wesen vorstellen? Also wir können das vom philosophisch-diologischen her mal ganz klar als personelle Wesen betrachten. Personale Wesen, das sind also eigenständige Wesen, die also einen geistigen Träger haben, die über Bewusstsein verfügen, die über Willen verfügen, die auch sozusagen personal agieren können. Das sind also nicht Kräfte, sondern das sind Subjekte. Das sind Geistwesen, die über Intelligenz verfügen, über Geist verfügen, aber nicht über einen Körper? Die also nicht über einen Körper verfügen, die aber die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer geistigen Kraft also in die materielle Welt hineinzuwirken. Die Philosophie sagt ja, dass die höhere Dimension über die niedere Dimension verfügen kann. Das heißt, das Geistige beherrscht das Materielle. Und deswegen kann also ein rein geistiges Wesen auch über die Materie verfügen und auf die Materie einwirken. Und kommunizieren mit uns Menschen, das heißt, unsere Gedanken beeinflussen, Gedanken einflößen sozusagen. Ja, es ist so nicht. Die geistige Dimension ist ja eine kommunikative Dimension. Geister können miteinander kommunizieren. Aber da muss man doch jetzt noch eine ganz wichtige Einschränkung vornehmen. Diese negativen geistigen Wesen können nur dann wirklich auf den Menschen einwirken, wenn sich der Mensch diesen Kräften öffnet. Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, das sind geistige Mächte mit hoher Intelligenz, die Willensfreiheit besitzen und die sich aber gegen Gott entschieden haben. Es gibt ja auch das Bild vom Fall der Engel. Hat das damit zu tun? Sind das im Grunde genommen Engel, die sich gegen Gott gewendet haben, diese bösen geistigen Mächte? Ja, wir müssen hier mal prinzipiell von einer Voraussetzung ausgehen. Alle Dinge, die von Gott geschaffen worden sind, stehen in einer Verbindung mit Gott. Der Mensch ist ein relatives Wesen. Er ist nicht absolut. Und von daher, weil er ein geschöpfliches Wesen ist, kann er nur in Beziehung zum Schöpfer seine eigene Identität finden. Dasselbe gilt auch für die geistigen Wesen. Diese geistigen Wesen haben vom Schöpfer eine gewisse Wesenheit mitgekriegt und sie sind an dieses Wesen gebunden. Und dieses Wesen kann sich nur dann entfalten, wenn es der Ordnung Gottes entspricht. Auch der Mensch kann sich nur dann entfalten, wenn er die Gesetze erfüllt, die der Schöpfer in sein Wesen hineingelegt hat. Der Mensch, aber auch die geistigen Wesen, haben aber auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob sie diese Ordnung annehmen oder nicht. Nun bedeutet aber die Annahme der göttlichen Ordnung auch einen Akt der Demut. Nur wenn das Geschöpf demütig genug ist, anzuerkennen, dass es ein Geschöpf ist, wird es auch die Ordnung Gottes annehmen und nur dann kann es sich im Sinne Gottes entfalten. Und nun wird jedes Geschöpf, das mit Geist begabt ist, vor die Frage gestellt, nimmst du die Ordnung deines Wesens an oder nicht? Und vor diese Frage wird der Mensch gestellt, aber wird auch das geistige Wesen, der Engel, gestellt. Und nun sagt uns die Offenbarung, wir selber können das ja nicht in einem geschichtlichen Sinn überprüfen, sagt uns die Offenbarung, dass sich hier geistige Wesen auch gegen Gott entschieden haben. Und zwar deswegen, weil sie selbst autonom über sich verfügen wollten und durch dieses autonome Verfügen über sich selbst, über diesen Willen sich selbst zu bestimmen, sind die gestürzt und sind dadurch von Gott getrennt. Nun ist es aber so, dass jedes geistige Wesen auch versucht, andere Wesen in seinem Sinn zu beeinflussen. Wenn ein Mensch von der Liebe geprägt ist, dann versucht er, diesen Geister Liebe weiterzugeben. Wenn ein Mensch gegen Gott erfüllt ist, dann versucht er das auch, den anderen mitzuteilen. Und etwas Ähnliches gilt dann auch für diese geistigen Wesen, für diese gefallenen Wesen, für die Dämonen. Die haben sie von Gott getrennt, wissen, dass sie Gott verloren haben, sind verzweifelt, weil sie ihr letztes Ziel nie mehr erreichen können und sind von Hass erfüllt, weil etwas, was man nicht erreichen kann, beginnt man zu hassen. Und diese Grundeinstellung prägt auch das Wirken dieser Geister. Die versuchen nun, andere Wesen hineinzuziehen, um auch sie auf ihre Seite zu ziehen. Bei diesen höheren Geistwesen ist die Entscheidung gegen Gott endgültig, so lehrt die Kirche. Warum ist die Entscheidung endgültig und kann nicht zurückgenommen werden? Das wird so erklärt, dass man sagt, dass ein geistiges Wesen aufgrund der hohen Intelligenz ganz klar die Folgen erkannt hat. Und deswegen, weil diese geistigen Wesen sehr genau wussten, welche Konsequenzen ihre Entscheidung mit sich bringen würde, deswegen sind sie unentschuldbar. Beim Menschen hingegen heißt es, nach dem Sündenfall, und ihnen gingen die Augen auf und sie sahen, dass sie nackt waren. Hier wird offensichtlich eine unterschiedliche Bewertung vorgenommen. Hier wird nämlich gezeigt, dass der Mensch in seiner beschränkten Vernünftigkeit wahrscheinlich nicht die ganze Konsequenz seiner falschen Entscheidung erkennen konnte und dass er deswegen noch einmal eine Chance bekommt und erlöst wird. Aber von der höheren Intelligenz, die genau wusste, welche Folgen die Entscheidung haben würde, da wird gesagt, dass es hier keine Entschuldigung und keine Erlösung gibt. Und deswegen ist dieser Sturz endgültig. Herr Dr. Egger, wir haben jetzt sehr viel über geistige Wesen gesprochen, die versuchen, einen negativen Einfluss auf den Menschen auszuüben. Aber es gibt ja genauso gut auch gute geistige Wesen. Gibt es denn da Einflüsse auf den Menschen in vergleichbarer Weise, nur eben mit positiven Vorzeichen? Auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass im Christentum gesagt wird, dass jedem Menschen ein Schutzengel zur Seite steht. Und da darf ich ganz kurz darauf hinweisen, dass dieses Wissen um diese guten Geister ein Menschheitswissen ist. Es gibt eigentlich kein Volk, das nicht um das Wirken von diesen guten Geistern gewusst hat. Wir können das bei den Griechen, bei den Römern, bei den Persern, bei den Ägyptern. Man hat gewusst, es gibt Geistwissen. Und die hat man auch angerufen. Also das Wissen um Engel ist ein Menschheitswissen. Allerdings muss man eines sagen, dass dieses Wissen oft auch in einer falschen Weise aufgefasst wurde. Und dass es dabei auch oft große Fehlentwicklungen gegeben hat. Und man kann feststellen, dass auch in der Bibel das Wissen um die Engel immer mehr vertieft wurde. Es hat bereits im Alten Testament Hinweise auf das Wirken der Engel gegeben. Und im Neuen Testament treten sie immer wieder in Erscheinung. Deswegen können wir sagen, dass die Lehre von den Engeln von der Bibel her auf jeden Fall sehr fundiert ist. Welche Haltung hatte Jesus Christus zu den Engeln? Wir wissen ja, dass an ganz entscheidenden Momenten des Lebens Jesu auch Engel aufgetreten sind. Bei der Verkündigung etwa oder nach der Auferstehung waren es Engel, die ganz wichtige Botschaften verkündet haben. Welche Haltung hatte denn Jesus Christus gegenüber der Engellehre? Weiß man da etwas? Ja, er spricht ja auch mehrmals, gerade wie er verhaftet werden soll am Ölberg, sagt er, er könnte eine Legion Engel zum Einsatz bringen. Also hier wird ganz deutlich gezeigt, dass Jesus selbst zu den Engeln eine sehr direkte Beziehung hatte. Oder wenn er sagt, von den Kindern, dass ihre Engel ständig das Angesicht Gottes sehen. Das ist ja dieses wunderbare Bild, wo sozusagen die Kinder ganz besonders unter dem Schutz dieser Engel stehen. Vielleicht darf ich da noch auf etwas hinweisen, um auch gewissen Zuschauern hier mal einen Blick in diese Welt zu ermöglichen. Wir können diese Geister durch persönliche Erfahrungen auch erleben. Aber wir können auch mal ein bisschen hineinschauen in die Welt. Wenn Sie zum Beispiel heute ganz bestimmte Filme anschauen und wenn man oft diese Fratzen und diese dunklen Gestalten erlebt, da hat man doch oft den Eindruck, dass da etwas Dämonisches in diesen Filmen zu sehen ist. Wenn man heute auch mal hineinschaut in die Geschichte, wenn man sich einmal Hitler oder Stalin vorstellt. Hitler war nicht so eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Aber wie war denn das möglich, dass ein Mann ohne höhere Bildung und ähnliches mehr imstande war, so eine Herrschaft über ein ganzes Volk auszuüben? Ich hatte die Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, die Hitler persönlich begegnet sind. Die haben alle gesagt, von dem ging eine Kraft aus. Und wenn man sich vorstellt, wie so ein Mann beim Nürnberger Parteitag diese Menschen, die zu Hunderttausenden vor ihm standen, so zu beherrschen, dass ein Mann einen Befehl gibt und alle folgen. Hier wird doch eine Kraft spürbar, die über das rein Menschliche hinausreicht. Und das Gleiche gilt für Stalin, das Gleiche gilt auch für Pol Pot und Ähnliches mehr. Oder wenn Sie sich heute einmal zum Beispiel die Wissenschaft anschauen, wie ist es denn möglich, dass 40 Prozent aller Ingenieure in Amerika direkt oder indirekt für die Rüstung arbeiten? Wie ist es denn möglich, dass man die Intelligenz der besten Köpfe für die Zerstörung anderer Menschen einsetzt? Hier wird doch in der Kultur, in der Geschichte, in der Technik, in der Wissenschaft ein Geist spürbar, der zerstörerisch wirkt. Und zwar in einem Ausmaß, dass man sagen muss, es braucht dann die ganze Kraft, um gegen diese Geister aufzukommen. Es ist also auch die Kultur oder die Unkultur, die Musik, die Geschichte, die Kunst, die Technik sind Möglichkeiten, um zu sehen, dass hier ein Geist am Werk ist, der tatsächlich verneint. Bei Goethe heißt es einmal, ich bin der Geist, der stets verneint. Aber wie sehen Sie das denn, Herr Dr. Egger? Sind sich viele dieser Menschen, dieser bösen Einflüsse überhaupt bewusst? Oder passiert da viel im Unbewussten? Oder wie ist das zu beurteilen? Das kommt darauf an. Also ich würde sagen, dass jeder Mensch irgendwann mal spürt, dass er dem Bösen ausgeliefert ist und dass er mit Boshaftigkeit konfrontiert ist. Und allein die Tatsache, dass jemand heute auch den Ausdruck verwendet, das ist einfach höllisch, das ist satanisch. Da zeigt sich doch, dass der Mensch in seinem tiefsten Weiß, dass es so etwas gibt. Oder wenn Sie heute, nehmen wir mal an, ein Konzentrationslager besuchen, da spüren Sie, dass Sie hier einem Geist begegnen, der das Gegenteil des Guten ist. Dass hier ein Geist am Wirken war, der das Gegenteil von Gott ist. Und dass das nicht nur eine Abwesenheit des Guten ist, sondern dass das eine bewusste Bösemacht ist. Wir müssen allerdings etwas sagen. Wir dürfen hier nicht das Böse verabsolutieren. Und wir dürfen auch nicht auf das Böse fixiert sein, in dem Sinn, dass wir sagen, wir sind dem hilflos ausgeliefert. Das wäre die falsche Einstellung. Der Christ darf nicht auch den Teufel überall an die Wand malen. Er muss aber wissen, dass es ihn gibt. Und er muss wissen, wie Christus auf diese Mächte reagiert hat. Christus spricht ja sehr deutlich von der Macht des Bösen. Und er nennt auch den Teufel beim Namen. Er sagt, er ist der Vater der Lüge, der Mörder von Anbeginn, der Fürst dieser Welt. Da sind ja klare Ausdrücke drinnen. Was sind denn die wichtigsten Regeln, die man kennen muss, um diese unterschiedlichen Geister beurteilen zu können und vor allen Dingen unterscheiden zu können? Ja, da wird uns von der Heiligen Schrift ein ganzer Katalog von Hinweisen gegeben. Und zwar werden wir in der Heiligen Schrift aufgefordert, dass wir uns beobachten sollen, welche seelischen Zustände in uns eintreten, wenn wir gewisse Dinge tun. Wenn zum Beispiel in uns der Geist der Liebe vorherrscht, die Wahrheit und die Freude, der Friede, Langmut, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, das sind jetzt alles Ausdrücke, die in der Heiligen Schrift aufgelistet werden. Wenn diese seelischen Zustände in uns vorherrschend sind, dann können wir davon ausgehen, dass das, was wir tun, vom Geist Gottes gewirkt wird. Es wird uns aber auch eine Liste von negativen seelischen Zuständen vorgelegt, die uns zeigen, welche Zustände nicht von Gott kommen können. Und ich darf Ihnen hier mal einige von diesen grundsätzlichen Stichwörtern vorlegen. Also wenn zum Beispiel gestritten wird, oder wenn Eifersucht im Spiel ist, oder vor allem Jähzorn, oder wenn es um Eigennutz geht, um Spaltungen, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, oder Parteiungen, oder wenn Neid im Spiel ist, oder dann vor allem Feindschaft und Hass und Gewalt, wenn solche Kräfte im Spiel sind, dann können wir sagen, dass wir sicherlich nicht vom Geist Gottes beseelt sind. Also der erste Schritt wäre, sehr genau auf sein eigenes Leben zu schauen, und zu schauen, welche Teile überwiegen. Ja. Ein zweiter Hinweis wäre dann auch, dass wir uns bei unseren Handlungen fragen, ob wir den Weisungen der Heiligen Schrift auch gehochen. Wenn wir den Weisungen der Heiligen Schrift gehochen und das tun, was Jesus von uns will, dann haben wir eigentlich schon die Möglichkeit zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil bei den Gefühlen kann man sich oft ein bisschen unsicher sein. Aber wenn man sich strikt an die Weisungen des Evangeliums hält und auch sich an die Lehren der Kirche hält, dann hat man hier schon eine klare Orientierung und hat auch die Sicherheit, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man muss allerdings eines noch dazu sagen. Es gibt manchmal auch Grauzonen und es gibt manchmal auch Versuchungen, wo man den Eindruck hat, da geht es um etwas Gutes und dahinter verbirgt sich aber etwas anderes. In der Heiligen Schrift gibt es den berühmten Ausdruck, dass sich der Teufel manchmal auch als ein Engel des Lichtes präsentiert. Welche Hilfen gibt es denn? Welche Hilfen werden vielleicht auch speziell von der Kirche angeboten, die einem helfen, die Unterscheidung der Geister einzuüben, zu lernen und zu praktizieren? Ich würde mal ganz einfach sagen, wenn wir den Geist Gottes haben wollen, dann müssen wir ihn erbitten. Also das Gebet zum Heiligen Geist. Wir haben ja das Sakrament der Firmung empfangen. Wir sind durch den Heiligen Geist gestärkt worden. Und wenn wir immer wieder um diesen Geist bitten, dann werden wir ihn bekommen. Aber der Heilige Geist ist ja oft der große Unbekannte. Und deswegen wäre es unheimlich wichtig, dass wir ihn ein bisschen näher kennenlernen würden. Und Gott sei Dank gibt es in letzter Zeit Gruppen, die sich vor allem um den Heiligen Geist bemühen, charismatische Gruppen und Ähnliches. Wenn wir den Heiligen Geist bitten, auf uns herabzukommen, dann kommt er. Das Zweite ist, dass wir regelmäßig beten. Wer betet, hat sozusagen das Handy zu Gott eingeschaltet. Der kennt die Vorwahl von Gott und Gott kann sich dann mit ihm in Verbindung setzen. Also Gebet ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Form für die Unterscheidung der Geister. Weil wenn ich bete, bin ich mit Gott verbunden und da wird mir oft klar, um was es geht. Und was wir schließlich auch noch brauchen, es braucht manchmal auch ein Gespräch mit Menschen, die wirklich eine tiefe innere Verbundenheit mit Gott haben. Es gibt Menschen, die haben einfach eine tiefe spirituelle Weisheit. Und wenn man mit denen spricht und sagt, ja, wie sehen Sie denn das? Können Sie mir einen guten Rat geben? Dann bekommen Sie von solchen Menschen oft ganz klare Antworten. Und dadurch werden Sie davor bewahrt, in eine falsche Richtung zu gehen. Wir brauchen also Menschen, die es verstehen, klare Antworten zu geben. Sie, Herr Dr. Egger, haben uns heute solche Antworten gegeben. Vielen Dank dafür. Danke, dass Sie gekommen sind zu uns ins Studio. Ihnen daheim danke fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt, Spirit Leben mit Stil. Spirit Leben mit Stil. Spirit Leben mit Stil.